Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genre-Mix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Frillern und Krimis liegt und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Das war unser Potpourri der Oldies aus dem vorigen Jahrhundert. Holt? Sie wünschen doch eine seriöse Anlage. Die dramatischen Folgen der krimer Erwärmung unserer Erde hat einzelne Länder und besonders die größeren Schmiede an Neuen schwecken. Die ungehörigen Monsunregen der vergangenen Tage über dem indischen Subkontinent hat ein weiteres Land im Wasser zurückgegeben. Ein Aufenthalt, bitte. So, da bin ich ja. Die Evakuierung von Hamburg schreitet zügig voran. Wie bitte? New York ist ein Opfer der Ratten und des Wassers. Der amerikanische Kongressabgeordnete... Selbstverständlich kenne ich ihn zu gewissen Aktien. Die Wall Street, Zentrum der amerikanischen Finanzwelt, besitzt von heute ab Einbrüche der letzten Zeit. Auch Kopenhagen, Rotterdam und Stockholm haben ihre Regierungs- und Wirtschaftszentren umgesiedelt. Können Sie gerade die Kurznachrichten auf CNN? Mexiko. Das internationale Team aus Geophysikern, das von der mexikanischen Regierung des Landes verwiesen worden ist, hat gegen die Ausweisung Protest eingebaut. Denken Sie auch an die übelste Bässe an den 20. Jahrhundert vor zwei Jahren. Ein Sprecher des Teams bezeichnete die riesigen Iridium-Funde unweit des mexikanischen Fusionsreaktors El Sol als sensationell. 2014. Die mexikanische Regierung beschuldigte das Team des Versuchs der Spionage, des neuartigen Modells von Fusionsreaktoren. Naja, sicher, Gold ist teuer, es ist sogar sehr teuer. Der Goldpreis auf den Weltmarkten hat eine neue Rekordmarke erreicht. Es scheint uns im Augenblick die einzig verlässliche... Entschuldigen Sie, das Radio stört mich. So, also es scheint uns im Augenblick die einzig verlässliche... Ach, Sie wollen anlegen. Ich verbinde mit Mr. Knapp. Ähm, ja bitte, ich bin wieder da. Ach, Sie möchten Mr. Knapp persönlich... Ja, er ruft Sie zurück. So, und was war das da eben in den Nachrichten? Ach, äh, irgendwelche Iridium-Funde in Mexiko. Äh, es ist ein Gespräch für Sie, auf Leitung 3. Danke, Jordan. Bitte. Henry Knopf. Ach, Sie sind es, hallo. Das ist ja wirklich nicht so fast. Worum geht's? Aha, also für 8 Millionen Gold. Gut. Wir sind sofort alles nötige verhandeln. Danke, 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 danke für den Auftrag. Auf Wiederhören. Haben Sie weiter nichts gesagt? Ja, die Anleger? Nein, die Nachrichten. Der Goldpreis steigt weiter. Ja, das wissen wir ja. Goldene Zeiten für Anlageberater. Das hat Sie reich gemacht. Und wird mich möglicherweise noch reicher machen. Wie, das Gold wird knapp? Sehr knapp. Ich werde verkaufen. Was? Sie als der vermutlich reichste private Goldbesitzer der Erde, Mr. Knopf. Henry. Mr. Henry Knopf. Als Ihre ranghöchste Mitarbeiterin. Sagen Sie fähigste Mitarbeiterin. Gut, also fähigste. Als Ihre fähigste Mitarbeiterin muss ich Sie warnen. Tun Sie das nicht. Verkaufen Sie unter keinen Umständen. Der Goldpreis wird weiter steigen. Es gibt nachweisbar kein Gold mehr auf der Erde. Keine potenziellen ausschöpfbaren Lager. Ja, ich weiß. Südafrika ist lange ausgeräumt. Russlands Gold liegt seit den drastischen Klimaveränderungen unter ewigem Packeis. In Südamerika, Alaska ist nichts mehr zu holen. Manche Währungen leben nur noch vom letzten zusammengekratzten Gold. Alles richtig. Dennoch, ich werde verkaufen. Dann kündige ich. Sie halten das für eine Altmänner-Marotte, was? Oh nein. Sie glauben, ich werde sie nie. Aber June, geben Sie mir drei Tage Zeit. Sie werden sehen, dass ich... Ich werde sehen, dass Sie noch als armer Mann das Büro verlassen. Meinen Sie? Nein. Dazu bin ich doch zu vorsichtig. Und vielleicht zu mächtig. Lassen wir das. Also, June, in drei Tagen in unserem Restaurant. Ja? Ja? Sagen wir 20 Uhr? Sie wollen mich wohl loswerden. Na, wer wollte denn soeben kündigen? Sie haben jetzt drei Tage Urlaub. Machen Sie sich eine schöne Zeit. Schläfst du? Nein, nein. Lies weiter. Du scheinst so weit weg. Nikola. Ich konzentriere mich auf den Text. Weiter mit dir. Aber da war kein sonderer Fröft. Alles giehen still zu. Daraus ich mit Selbsten große künftige Gefahr imaginieren konnte. Dann auch kein Musik nicht gehört wurde, sondern so etwas von uns gefragt wurde. Mussten wir kurze, runde Antworten geben und es dabei bleiben lassen. In Summe, es hatte alles ein so wunderliches Aussehen, dass mir der Schweiß begunnte, über den Leib anzufangen zu rinnen. Und glaube ich wohl, dass noch den beherztesten Mann der Mut hätte können empfangen. Was ist? Nichts, nichts. Übersetze es mir nochmal, langsam. Aber es herrschte keine ausgelassene Freude. Alles ging still zu, sodass mich allmählich die Ahnung einer künftigen großen Gefahr überkam. Es gab auch keinerlei Musik. Wenn wir gefragt wurden, hatten wir kurze, bündige Antworten zu geben und nicht weiter zu schwatzen. Das alles wirkte so sonderbar, dass mir der Schweiß über den ganzen Körper zu rinnen begann. Ich glaube, noch dem beherztesten Mann wäre der Mut gesunden. Ja. Was meinst du mit Ja? Nichts. Ich mache mir Sorgen um dich. Warum? Wir leben hier ausgezeichnet. An der schönsten Küste Mexikos. Reich, verwöhnt mit allem. Eine wunderbare Villa. Irgendetwas stimmt nicht. Und irgendetwas stimmt nicht mit dir. Ich muss Sie noch einmal sprechen, Senior Mendoza. Sie haben mich erst vorgestern gesprochen. Ja. Aber ich kann die weitere Beschäftigung Ihrer Arbeiter, besonders im Bergwerk und bei der Zulieferung... Nicht mehr verantworten. Das haben Sie mir erst vorgestern gesagt. Seitdem sind weitere Vergiftungen durch dieses verfuchte Metall bei einem Dutzend unserer Arbeit... Weitere Ausfälle zu verzeichnen, das wollten Sie doch sagen. Durch Vergiftungen, wie Sie behaupten. Ich erinnere mich, von Ihnen gehört zu haben, dass es sich dabei um schwer beweisbare Hypothesen handelt. Beweisen kann man es natürlich nicht. Jedenfalls nicht in einem wissenschaftlich stringenten Sinne. Dazu sind weitere intensive Tests nötig. Ich möchte Sie bitten, mich mit der Spezialklinik für Vergiftungserscheinungen in Mexico City in Verbindung setzen zu dürfen. Dr. Paulus, wie stellen Sie sich das vor? Unsere Anlage unterliegt der höchsten Geheimhaltungsstufe. Sie waren selbst mit absoluter Schweigepflicht einverstanden. Abgesehen von der Schweigepflicht des Arztes. Moment. Sie vermengen die Aufgabenbereiche, die Rechte und Pflichten eines Arztes... Ihre Pflicht ist es, hier einem Vertrag nachzukommen, den Sie selbst unterschrieben haben. Und der Sie zu absoluter Geheimhaltung verpflichtet. Im Übrigen, Ihre sogenannten Vergiftungen ist bisher einer unserer Angestellten gestorben. Testen Sie lieber mal das Kantinmesser. Werden Sie nicht zynisch. Sehen Sie sich auch nur einen unserer Kranken an. Grau die Haut, Erbrechen, Atemnot, Haarausfall. Was produzieren Sie hier? Dieser Reaktor ist gebaut worden, um Mexiko mit Energie zu versorgen. Wo bleibt diese Energie? Was stellen Sie mit ihr an? Dr. Paulus, ich bin hier als Beauftragter der mexikanischen Regierung. Ich bin nicht dazu da, Ihre Neugier zu befriedigen. Lassen Sie es sich gesagt sein. Alles erfolgt zum Wohle des mexikanischen Staates. Des Staates oder des Volkes? Das mexikanische Volk ist der Staat. Dann kündige ich zum Wohle des mexikanischen Volkes. Ich betrachte unser Gespräch als beendet, Dr. Paulus. Pinn-Jung ist in Ihrem Vertrag nicht vorgesehen. Sollten Sie dennoch von Ihrer Starrsinnigkeit nicht lassen wollen, es tritt mir leid, um Ihre Gesundheit fürchten zu müssen. Auf Wiedersehen. Zum Wohle. Zum Wohle. Für einen armen Mann legen Sie sich ziemlich ins Zeug. Avocadosalat, Kraben, schwedische Pilze, Moichandant von 2061, der beste Jager. Bist du sie nicht recht so? Ich denke, ich habe mir Ihre kleinen kulinarischen Schwächen genau gemerkt. Ja. Es tut mir leid, ich war vorschnell. Natürlich hätte ich Sie erst fragen sollen. Sie haben mit der selbstsicheren Mine eines Königs bestellt. Als hätten Sie das Geschäft Ihres Lebens getätigt. Ich spielte gar keine Rolle. Verzeihen Sie. Aber vielleicht habe ich wirklich das größte Geschäft meines Lebens getätigt. Meinen Sie? Vielleicht in einem ganz neuen Sinne. Ein normaler Sterblicher zu werden. Denn als der große Finanzherr, verzeihen Sie doch, da haben Sie verzeiht. Nein, nein. Sie haben tatsächlich Ihr privates Vermögen an Gold auf den Markt geworfen. Aber auf dem Markt tut sich nichts. Im Gegenteil. Der Preis ist um zwei Prozentpunkte gestiegen. Das ist jetzt drei Wochen her. Ja, die neue Notation aus Hongkong und Zürich, ein weiterer Prozentpunkt. Warten wir es ab. Bis wann? John, ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Ich bin nach wie vor kein armer Mann, wie Sie in Ihrem jugendlichen Leichtsinn sich auszudrücken beliebt. Ich besitze immer noch Immobilien, einige Aktien, Beteiligungen an diversen Unternehmen. Kurz und gut. Ich denke tatsächlich daran, mich zurückzuziehen. Und ich werde keinen Hunger leiden. Ich kann für mich aufkommen. Und nicht nur für mich. John, wollen Sie meine Frau werden? Sie sind überrascht. Ich sehe es. Aber John, glauben Sie mir, ein reifer Mann hat die Fähigkeit, eine Frau zu verwöhnen. Ich verhehle ihn nicht. Ich bin jetzt 62, seit fünf Jahren geschieden. Meine beiden Söhne sind erwachsen und verdienen ihr Geld in anderen Branchen. Ich bin gesund, wie mir mein Arzt versichert. Und ich liebe Sie. Mr. Knopf. Henry. Henry. Es kommt alles so überraschend. Wirklich? Ja, ich... Es gibt da noch etwas. Vertrauen Sie mir und meinen Fähigkeiten. Wir werden glücklich sein. Und? Mr. Whistleborn, ich möchte meinen Auftrag zurückgeben. Mit einem Wort, Sie sind erfolglos gewesen. Vielleicht nicht ganz. Was soll das heißen? Wozu zahle ich Ihnen dieses Riesenhonorar? Sie gelten als eine der besten Wirtschaftsdetektive in den Staaten. Und nun dieses unbestimmte vielleicht. Mann, haben Sie Ihre Knochen verloren? Es wäre durchaus möglich, dass Sie Ihre Knochen verlieren. Falls, äh... Falls? Ach, lassen wir das. Nur eine Frage, Mr. Whistleborn. Lieben Sie Ihre Frau? Was soll das? Ich habe Sie nicht engagiert, mir persönliche Fragen zu stellen. Nein, es könnte nur sein, dass mein Auftrag mich in die Nähe Ihrer persönlichen Verhältnisse geführt hat. Um mich zu sagen, ins Zentrum. Reden Sie. Auf Wiedersehen, Mr. Whistleborn. Ich erhebe keine weiteren Honorarforderungen. Und die Spiesen waren mehr als großzügig. Halt! Ich bin Whistleborn. Der größte Hersteller elektronischer Steuergeräte für Satelliten und Raumfahrzeuge. Ich bin solch eine Behandlung nicht gewohnt, Mr. Harrison. Wenn ich sage, reden Sie, dann reden Sie. Ist das klar? Mr. Whistleborn, nicht alles ist käuflich. Am wenigsten die Wahrheit. Okay. Sie sind ein hartgesottener Bursche, Harrison. Setzen Sie sich. Also, schießen Sie los. Was haben Sie herausgefunden? Darf ich rauchen? Ungern. Aber bitte. Mr. Whistleborn. Sie sind als einer der führenden Industriellen der USA auch eine öffentliche Figur. Es ist also kein Geheimnis, dass Sie nicht nur eine gute Ehe führen, sondern Ihre junge Frau Monika geradezu vergöttern, ja, ihr sogar eine führende Position in Ihrem Unternehmen zugestanden haben. Weiter. Nun ist es zu unerklärlicher Werksspionage und dem Verrat der Konstruktionspläne der neuesten technischen Geräte an die Japaner gekommen. Und Sie haben mich zur Aufklärung des Falles engagiert. Ja, ja, kommen Sie zum Wesentlichen. Alle, aber auch alle Untersuchungen führen auf eine Person hin. Nun? Lesen Sie das. Und das. Und das. Dazu die Fotos. Das kann nicht sein. Verstehen Sie nun, warum ich meinen Auftrag zurückgeben wollte? Monika. Meine Frau. Über die Beweggründe kann ich nur spekulieren, aber die Beweise sind unwiderlegbar. Hier der Scheck für Ihr Honorar. Danke. Bitte gehen Sie. Verdammt, das hätte ich nicht gedacht. Keine Angst! Die rätselhafte Goldinflation scheint bereits erste Opfer der Beweise besonderer zu haben. Die plötzliche Goldschwämme in nie gekanntem Ausmaß lässt die Reise in Tokio, Frankfurt, London und die Tiefe trotzen. Noch ist bis zur Struktur und klar, dass Sie kraftvoll sind. Henry? Ja? Henry, haben Sie gehört? Ja, John. Eine riesige Goldschwämme. Ich habe es gehört. Ich bin gerade dabei, das Schlimmste abzuwenden. Aber Sie haben rechtzeitig verkauft. Moment. Was denn? Sogar die Regierung will sich einschalten? Moment mal. Was hat denn die Regierung da zu suchen? Auf Weg? John? Ja? Die wollen wissen, warum ich seinerzeit zu so einem günstigen Zeitpunkt verkauft habe. Was war die? Diese verdammten Idioten vom Economical Supervising. Also. Ja, ja, da bin ich wieder. Was? Aber ich sage Ihnen doch, nein, nein und nochmals, niemand wird Henry Knopf nachweisen können, er hätte manipuliert. Es ist ungewöhnlich. Also, John, den besten Wirtschaftsdetektiv der Vereinigten Staaten brauche ich. Den allerbesten. Informieren Sie sich. Nein, 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 widersprechen Sie mir heute nicht. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Der Betreffende soll die Drahtzieher dieser dunklen Aktion ausfindig machen. Der Ruf meines Anlagebüros steht auf dem Spiel. Ah, so früh, Mr. Harrison? Es ist gerade 5 Uhr. Spät genug für einen Drink. Das Übliche? Nein, Bill & Scotch in Doppelton. Stell die Musik leise. Sie fühlen sich nicht wohl? Der verdammte Smog. Ach, in Los Angeles kann man nicht mehr leben. Bill, tu mir den Gefallen keine Unterhaltung. Sie waren nie besonders geschwätzig, Mr. Harrison. Ich habe auch vor, es zu bleiben. Ihr Drink, Mr. Harrison. Eis? Erst beim zweiten. Ja? Für Sie, Mr. Harrison. Bin ich da. Soll ich abwimmeln? Ja. Eine Frauenstimme. Ich habe allen meinen Freundinnen schärfstens eingetrichtert, mich nie in Billys Bar zu stören. Es ist der einzige Ort, wo ich in Ruhe nachdenken kann. Mr. Harrison ist nicht da, Miss. Ja. Wie? Warum ich das nicht gleich festgestellt habe? Wir haben ja Riesenbetrieb, Fräulein. Ja, um 5 Uhr. Die große Daciri-Klicke aus Hollywood. Was, die ziehen erst abends los? Haben Sie eine Ahnung? Versuchen Sie es doch mal in seinem Büro. Haben Sie schon? Ja, na dann, äh, soll ich etwas... Sie unterbrechen mein Gespräch, Mr. Harrison. Du lügst so schlecht, dass Gott erbarmt. Schade. So eine nette Frau. Schöne Stimme. Vor schönen Stimmen sollte man sich vorsehen. Dasselbe noch mal. Jetzt mit Eis. Ja? Billys Bar? Sie ist es wieder. Sie sagt, ich lüge so schlecht, dass Gott erbarmt... Ach, gib her. Ja? Ja, Harrison Kohler. Ja. Nein, im Augenblick nicht. Sie waren nicht gerade sehr gesprächig, Mr. Harrison. Im Gegensatz zu dir, Bill. Schlecht gelogen. Naja, sie hat es immerhin gemerkt. Ach, noch einen Doppelten. Wollen Sie sich betrinken? Äh, wenn sie es wieder isst? Dann sagst du ihr, sie soll zur Hölle fahren. Ach, das sagen Sie ihr lieber selber. Ja? Ja? Ja. Mr. Harrison. Teufel noch mal. Ja? Aber ich habe Ihnen doch erklärt, dass Sie... Nein. Okay. Sehen Sie, ich habe gerade vor, Urlaub zu machen. Will? Nein, nein, nicht auf den Bahamas, sondern hier in Billys Bar. Ja. Ja, ich habe vor, drei Tage durchzutrinken. Wissen Sie, dazu gibt es hier einen Verschlag. Wie für Pferde. Damit man nicht umfällt. Und wenn man es doch tut, bettet Billy mich mit einem Fußtritt sanft unter die Theke. Nein. Ich bin im Augenblick nicht disponiert, Ihren Auftrag anzunehmen. Richtig. Ich brauche Ruhe und... Nein, nein, da hilft auch keine blendende Bezahlung. Ich bin soeben fast Millionär geworden, ja. Wie? Sie wollen selbst herkommen, um mich zu überzeugen? So eine gute Figur können Sie gar nicht haben, um mich zu überzeugen. Ich bin nicht alber, nur müde. Also gut, morgen in meinem Büro. Wie bitte? Dann am besten gleich hier. Nehmen Sie sich ein Taxi vom Flughafen. Ciao. Noch einen doppelten? Nein. Weißt du, was sie gesagt hat? Ja. Wenn mein Verstand so scharf wäre wie ihre Figur, ich muss versuchen, meinen Verstand zu behalten. Warum? 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 Warum hast du mir die Zeitungen vorenthalten, Nelly? Ich habe sie dir nicht vorenthalten. Es war mal wieder ein Streik. Die Auslieferung hat nicht geklappt. Du weißt doch, in Mexiko ist das doch... Diese Zeitungen sind zehn Tage alt. Na und? Goldstück, Hollande. Eine Goldschwämme. Woher? Was haben Sie da angerichtet? Wer? Wer? Das frage ich mich auch. Ich muss so fort... Was hast du damit zu tun? Du hast etwas damit zu tun. Was war der Grund deiner Reise nach Mexiko City vor acht Monaten? Du kamst völlig verstört zurück. Ich muss auch diesmal wieder verreisen. Ich hoffe ein letztes Mal... Nicola, sag mir, was ist los? Ich spüre die Gefahr. Wir hätten dieses Land früher verlassen sollen. Aber wir waren doch hier lange Zeit so sicher. Ja, aber jetzt nicht mehr. Nelly. Du. Flieg sofort nach Paris. So schnell wie möglich. Wir werden noch heute einen Flug buchen. Nimm kein Gepäck mit. Nur das Nötigste. Einen kleinen Koffer, als würdest du nach Mexiko City zum Einkaufen fliegen. All unser Luxus hier lässt sich auch in Paris ersetzen. Ich komme nach, sobald ich kann. Ich habe hier noch etwas zu erledigen. In unserem Geheimfach findest du einen falschen Pass. Was? Ja, es ist nötig. Vorsichtshalber erschrickt nicht. Er ist meisterhaft. Du wirst keine Schwierigkeit nach ihm. Ich erkläre dir alles, das verspreche ich dir. Ja, jetzt. Später, später. Jetzt kommt das Schwerste. Du musst unsere Bibliothek verbrennen. Nein. Es muss sein. Es gibt dort Unterlagen, die sollten keinem Unberufenen in die Hände fallen. Aber die ganzen Unikate, die Handschriften, das ist doch unersetzlich. Auch die berühmte antike Bibliothek von Alexandria wurde zerstört vor über 2000 Jahren. Unersetzlich ist nichts. Aber warum? Du wirst es später verstehen, wenn alles vorbei ist. Ich habe Angst. Ich auch. Sie haben nicht zufällig eine Uhr bei sich? Sie wissen auch nicht, wie spät es ist. Wenn Sie jeden Ihrer Kunden so lange warten lassen, haben Sie bald keine Kunden mehr. Da hilft Ihnen auch Ihre Figur nichts. Und Ihre falschen Perlen. Mr. Harrison Cole. In Person, bei seinem zwölften Drink. Und bei seiner üblichen Unhöflichkeit. Man hat mich vorgewarnt. Übrigens, die Perlen sind echt. Wenn es die Figur auch ist. Zum Geschäftlichen. Ich bin beim Geschäftlichen. Wollen Sie Ihre abgestandenen Sprüche weiterhin klopfen? Warum fragen Sie nicht, warum ich so spät komme? Oh, ich habe mich blendend amüsiert. Männer Ihres Alters amüsieren sich am liebsten mit Ihrem Drink. In der Gesellschaft deiner Frau sind Sie nicht mehr zu gebrauchen. Okay. Warum also so spät? Der Flug verzögerte sich um mehrere Stunden. Bombendrohung. Ich wollte telefonieren. Alle Telefone besetzt oder demoliert. Los Angeles-Rashauer. Voilà. Da bin ich. Frisch und duftend wie eine Kaugummi-Reklame. Dem zerknitterten, übellaunigen Detektiv gegenüber. Ein armseliger Wirtschaftspolizist. Eine gefallene Größe, dessen Büro nach Bonawax stinkt. Verdaut. Ich glaubte, Sie hier nicht mehr anzutreffen. Wie recht Sie haben. Machen wir es kurz, ich will nicht. Ich biete Ihnen 700.000. Oh, Sie gehen aber ran. Ich soll Sie durchaus reizen. Was bitte? Der Auftrag, meine ich. Darüber habe ich Sie ja schon kurz telefonisch informiert. Mr. Knopf möchte Aufklärung über die plötzlichen riesigen Mengen von Gold auf dem Weltmarkt, die den ungeheuren Sturz des Preises hervorgerufen haben. Wo kommt das Gold her? Wer spekuliert eventuell mit dem Preis? Knopf selbst bestreitet jede Beteiligung. Es geht um seinen Ruf, auch um sein finanzielles Überleben. Die Regierung, die Weltbank treten ihm auf die Füße. Sie haben eine Untersuchungskommission eingesetzt. Aber Sie wissen, wie das mit Kommissionen so ist. Er vertraut, um seine Unschuld zu beweisen, mehr privater Initiative. Sie meinen Illegaler. Das ist Ihre Interpretation. Er möchte nur eins. Den Erfolg. Den er ja gewohnt ist. Und den Sie, dem Vernehmen nach, auch haben. Sehen Sie, Miss... Caven. Caven. Sie haben gar nicht so Unrecht. Ich bin zerknittert und übellaunig. Das heißt, ich werde alt. Geld brauche ich nicht mehr. Ich bin versorgt. Ich erhöhe mein Angebot auf eine Million. Sie meinen, ich pokere um den Preis. Mr. Kohler. Ich will mit offenen Karten spielen. Da ist noch etwas. Henry Knopf hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Ich bin mir nicht im Klaren darüber, ob ich ihn annehmen soll. Ich bin kein Eheberater. Nein, so weit ist es ja auch nicht. Aber ich möchte wissen, wer Henry Knopf ist. Sind Sie nicht seine Mitarbeiterin? Ich spreche nicht von seiner Arbeit oder vielmehr... Lassen Sie mich an Ihrer Unternehmung teilnehmen. Ich habe nicht ja gesagt. Außerdem erhöht sich dann die Gage. Beträgt nicht. Nur bei erwiesenem Erfolg. Und jetzt bestellen Sie mir gefälligst einen Drink. ein Scotch auf Ihre Kosten. Das also muss dabei herauskommen? Das... Monsieur Leflamme. Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Die mexikanische Regierung... Ich habe mit der mexikanischen Regierung ein Abkommen getroffen. Ich habe die mexikanische Regierung auf gewisse Direktiven festgelegt. Das können Sie gar nicht als Ausländer. Wer ist für die Anlage verantwortlich? Wer? Monsieur, die Regierung des Staates Mexiko. Mexiko. Ich. Ich habe Sie gebaut. Sie haben Sie bauen lassen. Nach meinen Konstruktionsplänen. Die allerdings genial waren. Wir sind Ihnen zu tiefen Dank verpflichtet. Weichen Sie nicht aus. Sie sind fürstlich bezahlt worden. Mexiko hat alles getan, Ihren Aufenthalt hier so erfreulich wie möglich zu gestalten. Mexiko hat mich getäuscht. Mit technischen Möglichkeiten der Anlage schamlos entfremdet. Verstehen Sie etwas von Volkswirtschaft? Nein. So dumm kann doch nicht einmal ein Laie sein. Was passiert, wenn ich pausenlos Kaffee oder Kakao auf den Weltmarkt werfe? Der Preis sinkt. Wozu die Idiotie? Aber ich werde dahinter kommen. Ich werde unter diese lausige Spekulation kommen. So leidenhaft kann keine Region sein. Mexiko? Ja. Weltbank und internationaler Währungsfonds waren zwar etwas zugeknöpft, aber ich habe so meine Verbindung. Mexiko muss riesige Goldlager entdeckt haben und sie bereits abbauen. Aber warum werfen Sie alles Gold auf einmal auf den Weltmarkt? Das ist wieder alle Vernunft. Allerdings. Die einzige Erklärung wäre, irgendjemand, eine Großbank, ein Staat hat ein gigantisches Spekulationsmanöver eingeladen. Aber auf was? Auf was spekulieren Sie? Wir haben nur eine Möglichkeit. An Ort und Stelle zu recherchieren. Buchen wir den nächsten Flug nach Mexiko. Sie wollen uns also nicht weiter unterstützen, Monsieur Leflamme. Nur wenn Sie der Anlage Ihre ursprüngliche Funktion zurückgeben. Dazu bin ich nicht befugt, Monsieur Leflamme. Wer ist der leitende Ingenieur? Sie brauchen ja ausgezeichnete Fachkräfte. Die riesigen Temperaturen, die ungeheuren Brücke. Es besteht die Gefahr, dass der Fusionsprozess jederzeit in einen unkontrollierten Zusammenbruch mündet. Und Sie wissen ja, was das heißt. Sie mögen ein genialer Techniker sein. Aber von unserer Politik verstehen Sie nichts. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie uns ab heute wieder als leitender Ingenieur zur Verfügung stehen. Nicht für alles, Gerd, auf der Welt. Auf Wiedersehen, Monsieur Leflamme. Noch eine Frage. Warum haben Sie Ihre Frau nach Paris schicken wollen? Noch dazu mit einem falschen Pass. Was? In Ihrem minimalen Gepäck einige interessante Konstruktionspläne. Die Sie ja untergeschoben haben müssen. Das ist Landesverrat. Wo ist sie? Was haben Sie mit ihr gemacht? Sie wollen doch, dass es Ihrer Frau gut geht, nicht wahr? Ihnen selbst wird es hier an nichts fehlen. Wir werden Sie wie gewohnt verwöhnen. Als Gegenleistung erbitten wir nur Ihren fachmännischen Rat bei eventuell auftretenden Störungen. Bonatheas, Monsieur Leflamme. Alle sind sehr höflich, sehr zuvorkommend. Aber ahnungslos. Regierungsvertreter, Banken etc. Mexico City ist ein Dschungel. Einige Reiche scheinen urplötzlich noch reicher geworden zu sein. Vielleicht haben Sie geheime Schätze der Azteken entdeckt. Ach. Dazu ist es zu viel. Selbst die Spanier haben in Jahrhunderten nicht so viel Gold zusammengetreift. Entflohen? Das kann ich sagen. Wie? Wie? Die gesamte Wachmannschaft wird an die Wand gestellt. Oder stecken Sie dahinter, Paulus? Sie unterlassen doch nichts, dieses Unternehmen zu demontieren. Ich habe diesen Leflamme bisher nicht einmal zu Gesicht bekommen und wenn ich ihn... Alle die Flughäfen, Schifffahrtslinien, Grenzen sind zu überwachen. Er kann nicht weit kommen. Und wir haben eine wirkungsvolle Geist. Meine Frau. Vielleicht doch nicht so wirkungsvoll, wie Sie annehmen. Was soll das heißen? Ich zeige sie Ihnen. Habe Sie etwas erreicht? Vielleicht ist es bedeutungslos. Eine vage Information. Aber bei einigen Tee- und Abendgesprächen fiel mehrmals ein bestimmter Name. Das heißt, ein Name war es eigentlich nicht. Es war von einem gewissen Flammen die Regel. Melli? Melli? Die Bibliothek, völlig unversehrt. Das Buch. Ach, an der gleichen Stelle aufgeschlagen. Da sind einige Zeilen unterstrichen. Bei ihm in Lieb und Leid zu verharren. Na, wer soll das mit Zittern bewirken? Und wer bringt man das Kristallinspringbrünnchen herbei, samt einem sehr kleinen Kristallin Gläslin und wurde disgenennet, der Haustus Silentil? Nein, mein Gott. Sie hat doch nicht... Oder hat man sie gezwungen? Nein. Davon wissen Sie nichts, können Sie nichts wissen. Jedenfalls hatte sie noch Zeit, diese Zeilen zu unterstreichen. Sie wird Ihnen also nichts verraten. Verraten können. Ach, Nelli. Jetzt, Tarot. Ich werde es sogleich alle Spuren kriegen. Sie wollen doch nicht Ihre Bibliothek anzünden. Diese Pergamente brennen lichterlos, wäre zu schade. Mendoza. So dumm hätte ich nicht einmal ein Leflame eingeschätzt. Wo finden wir ihn? Bei sich zu Hause, im Trautenheim. Ich hätte mir kaum die Mühe gemacht, hier nachzuschauen, aber ich dachte, sicher ist sicher. Wo ist Nelli? Wo ist meine Frau? Bevor ich Sie in dieses Geheimnis einweihe, sollten wir uns noch einmal in Ruhe unterhalten. Monsieur Leflame. Es handelt sich um gar keinen Flamen, Harrison. Er wird nur so genannt. Er heißt Leflame, Nicolas Leflame, und ist französischer Staatsbürger. Ursprünglich Chemiker, weil er an maßgeblicher Stelle beim Bau des französischen Fusionsreaktors beteiligt. Dann wollte er eine neue Spielart der Hochtemperaturentwicklung ausprobieren, die den übrigen Technikern zu riskant schien. Mexiko machte ihm ein verlockendes Angebot und er ging darauf ein. Unter strengster Geheimhaltung hat er einen Versuchsreaktor gebaut. Oder baut ihn noch. Über Konstruktion, Anlage, Möglichkeiten war nichts zu erfahren. Leflame lebt mit seiner Frau sehr unauffällig und geheim in irgendeiner paradiesischen Villa an der Westküste Mexikos. Was eine Frau bei Tee und Plätzchen nicht alles in Erfahrung bringen kann? Sie müssen etwas tun, Monsieur Leflame. Ich beschwöre Sie. Wusse ich. Sie fliegen alle in die Luft. Sie hatten recht mit Ihrer Prognose. So, ja. Denken Sie an Ihre Frau. Wo ist meine Frau? Sie ist hier. Ich führe Sie zu Ihnen. Sie ist allerdings in Quarantäne. Sprechen können Sie sie nicht. Wieso? Infektionsgefahr. Monsieur Leflame. Sie sind das skrupelloseste, zynischste, menschenverachtendste Erfinder, den Mexiko je in seinen Grenzen aufgenommen hat. Bitte? Ich sage Ihnen dies, weil wir hier draußen keine Abhöranlage zu befürchten haben. Ihre Arbeit ist ein Unglück. Ihr neuerliches Erscheinen wird es wieder sein. Wenn Sie noch einen Funken Menschlichkeit haben, reisen Sie ab und belassen Sie es bei der Produktionsstörung. Wovon reden Sie? Man wird Ihnen den Anblick der Kranken, der Vergifteten wohl vorenthalten haben. Aber Sie haben die Anlage entworfen. Und Sie in eine Hast hochgezogen, die allen Sicherheitsvorschriften spottet. Und bei der tödliche Störungen geradezu vorprogrammiert sind. Direkt neben dem klimatisierten Zimmer Ihrer Frau gibt es einen Raum mit Kranken, die... Bevor Sie weiterreden und mich weiter beschuldigen, Monsieur, nur dies. Ich bin entsetzt. Alles ist grauenvoll schiefgelaufen, entstellt. Das ist nicht meine Anlage. Man hat mich von jeder Überwachung der Arbeiten ausgeschlossen. Ich weiß nicht, ob ich noch Zeit und Gelegenheit haben werde, Ihnen die Gründe zu erklären. Aber sagen Sie mir eins. Was ist wirklich mit meiner Frau? Sie scheint Ihr Gedächtnis verloren zu haben. Ich habe das Gefühl, Ihre gesamte Vergangenheit ist ausgelöscht. Sonst ist es völlig normal. Ich werde Ihre Frau weiter im Auge behalten. Danke. Danke. Und ich... Ich werde auch mein Möglichstes tun. Unser Einbruch hier in die Villa Paradiso kommt mir wie ein Abenteuer vor. Und die alten Folianten hier könnten Requisiten aus einem Gruselschirm sein. Ja. Die Wiener Metamorphosis Exhibita Prage. O, M, D, C, X, L, V, 3. Was bedeutet das? Die göttliche Umwandlung ausgeführt zu Prag im Jahre 1648. Sie können Latein? Ich habe es auf der Uni gelernt. Was haben wir denn da? Jacques Goury, Transformation Metallique von 1561. Und hier. Jolivet Castellon, La Science Alchimique, Paris 1904. Die Transformation der Metalle und die Wissenschaft von der Alchemie. Sie können Französisch? Oh, hier ein deutscher Titel. Schmieder, Geschichte der Alchemie. Halle, 1832. Was bedeutet das alles? Eine alchemistische Bibliothek. Hey, June, hier. Nimm vier Eier und tu sie in einen geräumigen Becher. Rühre ein wenig Grießmehl und tu es ringsum die Eier in den Becher. Verschließe ihn fest und vergrabe ihn in nicht zu scharfem Mist. 120 Tage, bis sich die Natur der Eier verflüssigt zu lebendigem Blut. Zu lebendigem Blut. Danach mache auf und gib den Inhalt in einen neuen Krog. Mache kohlenglühend, fache sie durch Umschwenken an und lasse den Dunst der Kohlen auf den vorgenannten Inhalt einwirken. Das ist, bringe den Inhalt des Bechers auf die Kohlen. Wenn er geröstet ist, wickele ihn in ein Feigenblatt. Aber sieh zu, dass deine Hand nicht daran fasst. Dass deine Hand nicht daran fasst. Also schmilz ihn und tu ihn in einen Becher. Schmilz ein Hexagium Silber. Wirf ein Drittel Hexagium von dem getrockneten Pulver hinein. Und du wirst dich wundern. Wirst dich wundern. Dies ist das göttliche, große, gesuchte Geheimnis, das die Armut überwindet und die Feinde besiegt. Vielleicht finden wir in der Küche ein paar Eier und Grießmehl. Vergraben das Gemisch im Garten und kommen nach vier Monaten wieder. Und wir sind im Handumdrehen reiche Leute. Es waren viele Scharlattane dabei. Was ist denn das hier? Da scheint jemand in der Lektüre unterbrochen worden zu sein. Und ein paar Sätze sind unterstrichen. Äh, B, B, kannst du das lesen? Bei ihm in Lieb und Leid zu verharren. Da wir solches mit Zittern bewilliget, bringt man das Kristallin Springbrünnlin herbei, samt einem sehr kleinen Gläslin. und wurde dies genennet der Haustus Silenti. Haustus Silenti? Was ist das? Der Trank des Schweigens. Aha. Da steht eine Kristallkaraffe mit einer Flüssigkeit und einem kleinen Gläs. Zur Hälfte gelehrt. Riechen Sie mal. Ich habe zwar nicht so viel Erfahrung wie Sie, aber wenn mich nicht alles täuscht, wo ich es gehe. Oh, und was für einer. Zum Schweigen bringt mich der allerdings nicht. Höchstens eine ganze Flasche. Nein, trinken Sie nicht. Es ist gleich fünf Uhr und Zeit für einen Drink. Wer weiß, ob nicht etwas drunter gemischt ist. Sie haben recht. Haustus Silenti. Das Wort ist zweimal unterstrichen. Das könnte irgendeine Art Botschaft sein, aber für wen? Bestimmt nicht für uns. Was ist das für ein Buch? Hier mangeln ungefähr zwei Quartblättchen. Also, hier fehlen ungefähr zwei Quartblätter und... Ja, ja, so endet es wörtlich. Aber da sind tatsächlich noch zwei Blätter eingeklebt. Konfektio Auri Puri 999,9 Strich 1000. Die Zahlen bedeuten gemeinhin den Feingehalt von Gold. Konfektio Auri Puri. Die Herstellung reinen Goldes. Das sind chemische Formeln. Und eine Konstruktionszeichnung. Da ist sogar ein Lageplan. Das ist die Anlage. In der einsamsten Gegend von Mexiko. Ich fürchte, es steht uns noch ein langer Ausflug in die Sierra bevor. Sperrgebiet. Wie weit mag es noch sein? Bis zu der Anlage. Wenn die Karte nicht trügt, etwa 60 Kilometer. Vielleicht etwas mehr. Die Kontrollbarack ist verlassen. Und die Schranke ist geöffnet. Seltsam. Und das da hinten sieht wie ein Hundezwinger aus. Aber ohne Hunde. Scheint alles wie in Panik verlassen worden zu sein. Was ist das? Eine ganze Kolonne von Wagen kommt uns entgegen. Die fahren ja heiß. Wie in wilder Flucht. Hast du das gesehen? Auf dem LKW mit der zerrissenen Plane. Ja, ja, Menschen. Sie sehen ganz krank aus. Sie haben alle keine Haare mehr. Wo wollen Sie hin? Dies ist doch die Straße zur Anlage für... Anführen Sie sofort um. Es kann nur noch wenige Augenblicke dauern. Was? Wenn Sie unbedingt in das Inferno hineinfahren wollen. Kennen Sie einen gewissen Le Flamme? Le Flamme! Vergessen Sie ihn so schnell wie möglich! Le Flamme! Er scheint den Verständnis verloren zu haben. Lass uns umkehren. Irgendetwas Schreckliches muss passiert sein. Hast du die Frau auf dem Nebensitz gesehen? Ja, ja. Völlig abwesend, als ginge sie das Ganze gar nichts an. Sie scheint wirklich verrückt zu sein. Ja. Mein Gott. Ich kenne es nur von Fotografien aus dem 20. Jahrhundert. Ein ungeheurer Rauchbild. Der Fusionsreaktor. Die Kernschmelze ist in einen unkontrollierten Zustand übergegangen. Da sind Sie ja beide. Na, gesund und munter. Ja. Tja. Na, Gott sei Dank. Ich hoffe, ich kann Ihnen gratulieren, Mr. Harrison Kohler. Aber war es nötig, meine wertvollste Mitarbeiterin in Ihr mexikanisches Abenteuer einzubeziehen? Ätter. Es war nicht unbedingt meine Idee, Mr. Knopf. Nein, Henry. Ich bin ihm aus freien Stücken gefolgt. Naja. Also, wenn ich bedenke, diese Katastrophe und Sie mittendrin. Die Zeitungen waren doch voll davon. Explosion eines mexikanischen Fusionsreaktors. Ach, Joan. Ich darf gar nicht daran denken. Wie konnten Sie nur so ein unkontrolliertes Abenteuer? Tja. Vielleicht bin ich doch kein Büromensch, Mr. Knopf. Ist das denn wahr? Mir ist da etwas zu Ohren gekommen. Ja. Ja. Wir werden heiraten. Ja. So, wirklich. Das ist eine schwere Niederlage für mich. Sie sind also doppelt erfolgreich gewesen, Mr. Kohler. Na, vielleicht sollten Sie sich erst mal den Bericht über meinen Auftrag anhören. Es ist Ihnen sicher bekannt, dass die Alchemie der Versuch war, Gold zu machen. Aber... Lassen Sie mich zu Ende. Ach. Und das auf quasi chemischem Wege, durch bestimmte ausgesuchte, oft absurde Praktiken. Ja, von all diesen Versuchen an den sich neben ernstzunehmenden Gelehrten eine Vielzahl von Quacksalbern, Schwindlern, Ganoven, Verrückten und verbohrten Beteiligten ist nachweislich keiner geglückt. Die Alchemie hat niemanden reich gemacht. Gut. Bis auf eine Ausnahme. Im 14. Jahrhundert, genauer von 1330 bis 1418, lebte in Paris ein gewisser Nicolas Flamel. Er kopierte Handschriften, das heißt, er schrieb Bücher ab, die Buchdrucker Kunst war noch nicht erfunden. Ja, aber so genau. Eines Tages erstand er ein besonderes Buch für zwei Gulden. Ganz offensichtlich ein alchemistisches Werk. Die Anleitung, Gold herzustellen. Ich zitiere Flamel. Dies geschah an einem Montag, dem 17. Januar 1382. Der in Wachlichheit ein Freitag war, wir haben das nachgerechnet. Gegen Mittag in meinem Hause, nur in Anwesenheit meiner Frau Pirnell, im Jahre des Heils 1382, ließ ich immer auf jedes Wort in meinem Buche genau achtend den roten Stein auf eine ungefähr gleich große Menge Quecksilber fallen. Ich wandelte es in fast ebenso viel reines Gold um, das sicherlich besser, nämlich geschmeidiger war als gewöhnliches Gold. Ich kann dies wahrheitsgemäß sagen, dreimal habe ich es mithilfe Pirnells gemacht, die es ebenso gut verstand wie ich, da sie mir bei meiner Arbeit half. Lange Zeit fürchtete ich, dass Pirnell ihre überschwängliche Freude nicht für sich behalten und vor ihren Verwandten über die großen Schätze plaudern könnte, die wir besaßen. Aber die Güte des Allerhöchsten hat mir nicht nur den einen Segen geschenkt, er gab mir auch ein züchtiges und kluges Weib. Denn sie besaß nicht nur Verstand, sondern auch die Gabe, das Vernünftige zu tun. Und sie war verschwiegener, als Frauen gewöhnlich sind. Gut, gut. In Nicolas Flan und seine Frau Panell gründeten 14 Hospitäler, drei Kapellen und sieben Kirchen in Paris. Sie waren außerordentlich reich. All das ist historisch belegt. Und warum erzählen Sie mir das alles? Das ist doch eine Kolportage aus dem finsteren Mittelalter. Im 21. Jahrhundert, also in unserem, lebt an der mexikanischen Westküste in einer der letzten paradiesischen Landschaften unserer Erde ein französischer Staatsbürger mit dem Namen Le Flan. Ein ziemlich lächerliches Anagramm. Ja, die beiden Endbuchstaben des Namens Flamel sind an den Anfang gerutscht. Le Flam ist von Haus aus Chemiker. Seinen Beruf gibt er mit Techniker an. Der ist einer der genialsten unseres 21. Jahrhunderts. Er ist am Ausbau des französischen Fusionsreaktors beteiligt. Dann baut er den mexikanischen Reaktor. Vielmehr, er lässt ihn bauen. Ja, richtig. Die Konstruktionspläne gehen auf ihn zurück. Man schaltet ihn aber offensichtlich früh vom Bau der Anlage aus und setzt ihn in einer wunderschönen Villa am Meer zur Ruhe. Der Reaktor selbst wird in Windeseile und damit in aller Schlampigkeit hochgezogen. Das macht ihn so gefährlich. Ja, und das ist die Ursache schrecklicher Krankheiten, besonders unter den Arbeitern. Aber warum hat man sich denn beim Bau keine Zeit gelassen? Die Sicherheitsauflagen sind doch international sehr zwingend. Ja, das haben wir uns lange Zeit auch gefragt, Mr. Knopf. Und sind auf einen völlig überraschenden Konnex gestoßen. Der Fusionsreaktor diente gar nicht dazu, Mexiko mit Strom zu versorgen. Nicht? Nein, Mr. Knopf. Erinnern Sie sich an die Ausweisung des internationalen Teams der Geophysiker aus Mexiko? Ja, dunkel. Sie hatten ein riesiges Iridiumvorkommen entdeckt. Genau. Vor Jahrmillionen ist ein riesiger Meteorit auf die Erde gestürzt. Er hat eine ungeheure ökologische Katastrophe ausgelöst. In der modernen wissenschaftlichen Theorie ist er für das Aussterben der Saurier verantwortlich. Da durch Staubaufwirbelung eine dichte Partikeldecke die Sonneneinstrahlung so verminderte, dass das Pflanzensystem zusammenbrach. Die Nahrung für die Saurier. Lange Zeit nahm man an, dieser Meteorit sei beim Aufprall vollständig zerstoben. Aber es verglühte nur die äußere Hülle. Zurück blieb ein riesiger Kern von reinem Iridium, den die Geophysiker vor kurzer Zeit entdeckten. Und? Iridium ist zwar ein äußerst seltenes Metall, wenn meine Schulkenntnisse welche nicht trügen. Das kommt ja auf der Erde praktisch gar nicht mehr vor. So konnte man mit ihm technisch doch gar nichts anfangen. Einen Heliumkern, Zahl 2, mit einem Iridiumkern, Zahl 77, zu verschmelzen. Dann bekommt man die Kernladungszahl? 79. Richtig. Die Kernladungszahl von Gold. Sie meinen doch nicht... Doch. Um die Kerne dieser Elemente zu verschmelzen, bedarf es natürlich riesiger Energien. Eben diese Energien lieferte der Fusionsreaktor. Offensichtlich wurde er für diesen Zweck gebaut. Und was ist aus diesem Leflam geworden? Man hat ihn als die ersten Störungen im Dark auftraten zurückgeholt, indem man ihn mit dem Leben seiner Frau erpresste. Ja, was ist mit dir? Mendoza, der Leiter der Anlage, hat sie, meiner Meinung nach, mit einer unbekannten mexikanischen Droge, welche in Alkohol aufgelöst war, betäubt und sie in die Fabrik verprachten lassen, um dort ihren Mann gefügig zu halten. Ja, also ich meine, sie hat sich diesen Trank selbst gemixt. Vielleicht um einer Gehirnwäsche, einer Folterung durch Mendozas Scherden zu entgehen. Ihr Mann war schließlich Chemiker und wusste, Substanzen zu mischen. Jedenfalls hat sie ihr Gedächtnis verloren. Ja, also ihre Geschichte ist zum Teil reichlich fantastisch, aber die Frage nach der rätselhaften Goldschwemme, jedenfalls scheint mir gelöst, Herr Riesen. Also, ich trinke selten, aber zum glücklichen Ausgang dieser abstrusen Geschichte genehmigen wir uns jetzt einen Schluck. Es ist Whisky vom Feinsten. Das habe ich doch schon mal gehört. Wo haben Sie dieses merkwürdige Kristallgefäß her, in dem Sie Ihren Whisky ausbewahren? Und die kleinen Gläser? Oh, die Karaffe und die Gläser. Ich habe sie von einem alten Freund, ein gewiefter Spekulant, sehr reich. Ja, eines Tages zog er sich zurück. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Das Kristall ist sehr wertvoll und sehr alt. Bitte sehr. Trinken wir? Einen Augenblick, Mr. Knopf. Ich weiß nicht, ob der Ausgang wirklich so glücklich ist. Ich habe ein gewisses Pech bei meinen Unternehmungen. Wie meinen Sie das? Meine Aufträge scheinen mich immer in die Nähe von Dingen zu führen, die ich gar nicht wissen wollte. Sie werden nicht dafür bezahlt, übertüchtig zu sein, Mr. Harrison-Cohler. Behalten Sie Ihre Vermutungen für sich. Es wäre niemandem damit gegeben. Nur der Wahrheit. Denn auf mein Honorar werde ich vermutlich verzichten müssen, wenn ich Ihnen beweise, dass Sie die ganze Goldbase inszeniert haben. Nur um in aller Stelle weiteres Gold aufzukaufen und die Spekulationsgewinner einzustreichen. Auf die Idee kamen Sie, als eines Tages ein besonderer Kunde Ihre Räumlichkeiten betrat. Ein alter Freund, ein gewiefter Spekulant, sehr reich. Wie Sie ihn beschrieben haben. Diesen alten Freund haben Sie abzuhängen versucht. Es war Le Flamme. Sie haben die Sprengung der Anlage veranlasst, als Sie genug hatten und die Überproduktion Ihnen gefährlich werden konnte. Ihnen und Ihren mexikanischen Freunden. Mendoza hat ausgesagt. Auch er sollte ja in der Anlage umkommen. Die Sabotage wurde allerdings noch rechtzeitig entdeckt. Jetzt geht allerdings die Fantasie mit Ihnen durch Kohler. Meinen Sie? Ja. Als Le Flamme Sie als Vermögensberater aufsuchte, witterten Sie sofort den großen Deal. Sie schickten Ihre werte Mitarbeiterin in die Ferien. Sie verkauften Ihr eigenes Gold rechtzeitig zu einem unauffälligen, aber günstigen Zeitpunkt. Sie verabredeten mit Ihren mexikanischen Partnern über diverse Scheinfirmen und zweifelhafte Banken den Start einer großen Gold-Explosion. In Angst und Schrecken stießen weitere Anbieter nach. Diesem Domino-Effekt folgten in Panik weitere Staatsbanken und Drittländer. In aller Stille kauften Sie das billig gewordene Gold wiederum über diverse Scheinfirmen und deren Scheinfirmen auf und brauchten nur in aller Ruhe zu warten, bis der Markt sich beruhigt hatte. Gold zog wieder an. Sie selbst bestimmen mit einer stark geschrumpften Gruppe von Anbietern den Preis. Ich gratuliere Ihnen, Mr. Kohler. Schade, es war ein Fehler, Sie zu engagieren. Ich habe Sie für Dümmer gehalten. Vielen Dank, Mr. Knopf. Auf Ihr Wohl, Mr. Kohler. Nein, trinken Sie nicht. Schon geschehen. Der Trank des Schweigens. Monsieur Leflin wird auch ohne ihn schweigen. Der Trank des Schweigens von Eike Galwitz. Die Rollen und ihre Sprecher waren John Kevin, Cornelia Boje, Harrison Kohler, Walter Renneisen, Henry Knopf, Heinz Schimmelpfennig, Nelly Leflam, Ilona Wiedem, Leflam, Klaus Herm, Mendoza, Ulrich von Dobschütz, Fixenborn, Bertolt Hötzke, Dr. Paulus, Max Grashoff, Der Barkeeper, Erwin Geisler und ein Radiosprecher, Jochen Nix. Ton und Technik, Jochen Brandhoff und Brink.